Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monaco Deluxe. Und ja, heute ist wieder Montag und Montag ist... Happy Monday Day! Am Happy Monday gibt es wie immer viel zu gewinnen. Für euch dieses Mal drei tolle DVDs aus der tollen DVD-Release von Mara und der Feuerbringer. Ja, natürlich mit Signierung vom Regisseur und Autor. Und wie ihr das gewinnen könnt? Ganz einfach. Einfach hier unten im Video kommentieren, dass ihr es gewinnen wollt. Und schon nächste Woche erfahrt ihr, ob ihr einer der Glücklichen seid. Wir wünschen euch viel, viel Glück beim Gewinnspiel. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.